Aus dem poetischen Zyklus die Elefanten nun das Gedicht Architektur in Mittelhessen. In Gießen ist der Elefant sehr froh. Dort gibt's ein Elefantenklo. Zwar stört ihn dessen Baustruktur, doch sagt er sich, Hauptsache Kultur. Ja, wird leider oft vergessen. Die Menschen hängen sich in Rembrandt oder Picasso ins Wohnzimmer, aber auf dem stillen Örtchen ist es vorbei. Aber hier in Gießen ist es ganz anders. So, jetzt müssen wir aber langsam mal hinmachen. Kleiner Wortwitz, hinmachen, Klo, kleiner Scherz.